Wir haben hier das Cucino von unserem Ummelner Landschwein. Cucino ist ein Name, den sich der Metzgermeister Heiko Brath in Süddeutschland ausgedacht hat. Ein ganz aromatisches Stück, was ein bisschen unscheinbar wirkt. Wir schneiden das einmal auf. In der Mitte ist eine kleine kollagene Sehne, die ziehen wir raus und da entsteht ein Hohlraum und den füllen wir bei uns mit verschiedenen Buttersorten. Hier in diesem Fall mit einer Parmesan Butter. Das Cucino ist der Schulterdeckel, sitzt auf der Größen Schulterwanne. Es hat eine Kissenform. Cucino selber, frei übersetzt aus dem italienischen, kleines Kissen. Das ist ein super Grillsteak, was man erst mit auf dem Grill ein bisschen warm werden lässt und anschließend auf die heiße Zone wirklich gar zieht. DAS